So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Overwatch. Wir spielen heute nicht Hanzo, auch wenn ich gerade im Hanzo-Menü bin. Äh, Overwatch hat getweetet, dass sie den Skin überarbeiten, weil viele sich beschwert haben, weil er hier graue Haare hat hier im Gesicht. Weil in dem Comic damals, darauf wo der Skin basiert, hatte er dunkle Haare und seine Hosen sind scheinbar einigen Leuten zu niedrig. Das ist beides wird geändert in Zukunft. Das ist ehrlich gesagt erstaunlich. Also, das kriegt man nicht so häufig mit, dass Entwickler so sehr auf Feedback eingehen, dass wenn, keine Ahnung, sich ein kleiner Bruchteil der Menge halt beschwerte Skin sah in dem Comic besser aus, als er jetzt im Spiel ist, dass die Entwickler es dann letztendlich ändern. Wir spielen heute nicht Sombra, also spielen wir scheinbar doch Hanzo. Hanzo, 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 ist auch schon weg. Ich will neuen Skin spielen. Ich will heute Junkrat? GG, wie loose, Hanzo, GG. Okay, für wen habe ich neue Skins? Okay, wir nehmen aber Junkrat, bevor es hier losgeht. So, und dann machen wir die Kinder aus. Und dann spielen wir heute eine Runde Junkrat mit seinem Sommerskin. Äh, hier, da, guck mal. Sommer Junkrat spielen wir heute. Passt doch, kurz vor Weihnachten. Und, ja, keine Ahnung, schauen wir mal, was abgeht. Eigentlich wollte ich Sombra spielen. Ich habe auch gestern, äh, kann ich aber ein bisschen drüber reden. Ich habe gestern so sechs Runden lang probiert, Sombra aufzunehmen. Und jede Runde war halt so ein Instant Lose und Kacke. Zum Teil wegen mir, weil ich eine schlechte Sombra bin. Aber, hey, Sombra kommt auf jeden Fall noch. Ich will Sombra trotzdem noch spielen. Als er so mir weggepickt ist, ist es halt auch zuf, deswegen will ich jetzt nicht gleich ein Match lieben. Spiel mal heute Junkrat. Ja, da hatte ich auch gestern dann die Lust verloren, weiter aufzunehmen. Deswegen gab es gestern auch so einen, also, minimalen Videomangel. Weil so schlechte Overwatch-Runden, also es gibt nichts, was mich so runterzieht wie schlechte Overwatch-Runden. Hallo, willkommen auf Eichenwalde. Wir haben die letzte Runde Haushoch wieder. Ne, ne, nicht Haushoch. Wir sind zum letzten Punkt gekommen, aber wir haben verloren. Ich habe irgendwie noch Goldmedaillen, aber, hey, wir haben verloren. Es hat keinen Spaß gemacht. Warum sollte ich es so ausgehen lassen in der Aufnahme, ne? Wir wollen irgendwas erreichen. Irgendwas sprengen, irgendwas kabumm machen, irgendwie so, weißt du? Danke. Wenigstens die zweite getroffen. Gottes Willen, die Anna wirft einfach durch einen halben Orbit hier ihre Explosion. Oh, feindlicher Junkrat. Lass mich doch in Ruhe! Da unten sind zehn Leute vor dir. Warum erlässt er mich nicht einfach am Leben? Ja, wie er schon getroffen hat, bevor ich durch die Tür kam. Ja, bin ich auch schön reingelaufen. So, da sind wir wieder. Hallo, versuchen wir mal zwei irgendwie durchzupushen mit ganz vielen Explosionen. Hallo. Zu gierig. Auch zu gierig? Nein, die sind kommen. Oh, danke, Moira. Das ist ein bisschen Heilung. Wuh! Hey, cool. Ich habe es geschafft, den Rheinland wegzuspringen. So, gehen wir mal da lang. Wird wahrscheinlich ein Junkrat gleich schon entgegenkommen. Hier zufällig jede Granate einfach durch Tunnel trifft. Ah, die Zaya wird mich töten. Ja. Haben wir einen Heiler? Wir haben einen Moira. Ja, gut. Junkrat doch noch Heiler ist sowieso heglig. Weil ich einfach so leicht umfalle. Ja. So war der Junkrat überhaupt schon wieder so schnell da. Weißt du, ich habe den getötet. Bin gerade in den Tunnel hochgegangen und dann war ich schon tot. Und so ist ihr der Runde, wisst ihr? Ich spiele, ich gebe mir Mühe, ich mache Picks und dann stirbt mein ganzes Team. Das ist ein Team. Hallo. Hallo, Reinhard. Ich warte auf Heilung. Alter. Kannst du tief, mach, stell dir einfach noch vor der Tür. Ist doch nicht so schwer, ein, zwei Helden rauszupicken. leute versuche jetzt mal ihre energischen den paar sie wenn ich die habe dann alle aufs mal bekomme ich verstecke mich aber nur noch da hinten und springen ich treffe ja auch richtig viel hallo reinhardt hallo zaya hallo pfeile in meinem kopf 321 reinhardt war verwirrt welcher reifen der echte ist okay dank hat habe ich zaya habe ich so jetzt habe ich drei leute wenn jetzt nicht durchgeht denn dann weiß ich auch nicht so kommt hier noch eine bärenfalle rein und dann schieße ich da oben ins fenster hey danke und geji brennt natürlich ok so dann gucken wir mal vielleicht kommen wir mal weiter den er hat der zonbe was kämpfen sie da oben mit dem schlank wird und tschüss aua wird der soll ich weh halt erwartet ich hasse es wenn dann so zwei pfeile nacheinander treffen kann man dann immer garantiert totes dann fliegt der auch noch so habt ihr so ein komisches batz gesicht da unten in der ecke gesehen das ist richtig merkwürdig sein avatar da unten in der ecke mit dem skin ich hoffe das bleibt auch ist genauso schlimm auch noch beim nächsten mal so hey unser team kommt voran ja gutes team da oben ist ein jankwit ich habe zwei minen hallo ich hüpf den turm runter leg hier eine bärenfalle und hab angst weil ich heilung brauche bitte 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 ja danke zack ok ja team hat durchgepusht ja danke äh da um die ecke war irgendwas vor mir war die anna ja ich hab da hin ja ich hab irgendwas getroffen ja ich hab die anna haha nice und meine bärenfalle hat mit genji getötet sehr schön obwohl er weiter hinten nicht so schlimm gewesen wäre mittlerweile ja da bin ich perfekt reingerannt in den drachen haha da sieht man schön nochmal in der killcam war grad schön mit der zaya spielen da konnte ich mich nicht groß wehren oh jetzt sind alle von uns tot aber ich glaub an unser team so ist der junken red wiedersehen ok anna ich weiß zwar nicht wie du mit der granate mich getroffen hast aber dankeschön so kann ich irgendwie so dagegen ballern dass es dann so an der ecke abheilt ja cool dann baller ich mal hier so ein bisschen um die ecke ja die habt ihr alle hoffentlich irgendwas wird noch gerade verfolgt nein 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 ich hab doch meine ult haha warum bin ich in die bärenfalle getreten warum nicht jemand anders und warum hab ich ihn niemals getroffen das ist alles so knapp an ihm vorbeigeflogen haha nein ich will doch wenigstens am ende dabei sein das ist wieder so die premiere flieg Junkrat flieg schneller ok jetzt leben nur noch drei von uns zwei von uns glaub es ist eh echt knapp Moira lauf ohja paar treffer gelandet so so ich geh mal uh ich geh mal ich geh schieß mal da rein ich will vorsicht gegenverkehr vorsicht gegenverkehr so hab Tank und Heiler sehr schön oh die Orisa steht da perfekt ein Traum und jetzt noch der Junkrat und da ist ne bärenfalle ok die hab ich weg gemacht so die werfe ich da vorne an die Tür ah Granaten fall doch ein bisschen schneller warum ist da ein feindlicher Reiner der Gnano-Busse das ich hab noch grad so viele getötet haha aua an so Fall brauch mehr Eliminierungen guck mal die sind Bronze zack zack krieg ich nochmal ne Ult zusammen ja komm einfach 10 Explosionen die jetzt treffen und dann hab ich meine Ult ok das war ja ja kann vier stehen ich sag einmal ich brauch Heilung ich brauch immer noch Heilung und dann kommt einfach Genji mit seinem Vorlag ui tot hättet ihr aber nur den Genji oder mich geheilt weißt du jetzt ich mach so viel damage dass alle fast tot sind jetzt pushen sie durch was darf ich machen nichts ich hol jetzt einfach meinen Reifen aus der Entfernung ja ich hab den Reifen wuuuuh der Reifen hat gewonnen ein hoch auf den Reifen das war schon der erste Sieg seit 100 Runden gefühlt ich nehm die Runde ist mir egal guck mal das ist Junkred fast bloß in lila lila Junkred mit Haaren hehehe ach das war da wo ich so reingespampt hab ich hab gar nicht mitbekommen dass es ne Zaya-Ult an der Stelle war wow hehehe ja ich guck mal versuchste Ursache der Heilung ok danke Moira ach wisst ihr es gibt aber keine Runde mehr mit denen ich zufrieden bin ich hatte ne Sombra Runde wo ich auch glaube ich einen Sieg hatte kann sein aber ich hab mich auch nicht hochgeladen weil ich die auch kacke fand finde ich auch nicht so geil aber was soll ich hier machen wenn alles so scheiße läuft ich würde einfach sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder frohe Weihnachten danke Oroch dass du mir zu Weihnachten die schlechtesten Runden meiner Spielzeit schenkst und bis dann und jetzt sehen wir mal